Wir sind von Anaby. Wir bauen Community Software. Das heißt, wir bauen Community Plattformen für emotionale Marken. Die Idee dahinter ist, dass Marken quasi die Kontrolle über die Unterhaltung ihrer Marke wieder zurückgewinnen. Das heißt, alles was an Konversationen im Netz passiert, außerhalb aus deren Sichtbereich, holen wir wieder zurück nach Hause. So bauen wir zum Beispiel eine Support-Plattform. Wir bauen eine Ideen-Community, eine Story-Community oder auch eine Video-Community. Je nachdem, was gut zur Marke passt oder wo da der Need ist. Also es geht dann vor allem um die Interaktion mit dem Kunden. Dass man den Kunden zurück nach Hause holt zur Marke, dass man dem Kunden zuhören kann, was der Kunde wirklich braucht, wo die Probleme mit dem Produkt sind, was er sich wünscht, welche Ideen er hat. Weil der Kunde ist ja im Endeffekt der, der mit dem Produkt auch zufrieden sein muss und das Produkt viel mehr benutzt, als die Leute, die im Unternehmen sitzen und sich vielleicht auf abstruse Art und Weise überlegen müssen, was jetzt der nächste Feature ist.